hi leute ich begrüße euch hier auf web aus mehrwasser zu einem how to step by step video zur stradon pro was sie alles kann was ich bei der installation zu beachten habe was ich alles machen kann mit welchen endgeräten ich darauf zugreifen kann etc pp alles kreuz und quer durch die bank weg wird jetzt gleich hier ja besprochen ich zeige euch wie es geht und hoffe dass ich nichts auslasse also dranbleiben ja leute bei der stradon ist so wir haben natürlich einen werkszustand in den sie ausgeliefert wird ich habe jetzt hier meine dritte lampe auf dem tisch liegen sie hat das entsprechende update schon gekriegt aber es ist mittlerweile wieder noch eins rauskommen das heißt ich kann euch gleich definitiv zeigen wie es geht schauen uns aber erst mal an was wir alles bekommen dazu wechsle ich mal die ansicht und wir haben natürlich einmal die lampe hier die 153er und das entsprechende hanging kit damit wird die lampe dann anschließend befestigt mit den entsprechenden aufhängungen die hier unten dran sind diese habe ich noch eingepackt gelassen damit sie mir die lampe nicht verkratzen das können wir erst mal auf seite tun brauchen wir nicht dann haben wir das netzteil klar logisch minimale netzteil und den controller beim controller schauen wir uns gleich auch noch ein paar kleinigkeiten an und natürlich hier das entsprechende der kaltgerätestecker der mitgeliefert wird damit wir hier vernünftig arbeiten können so ja das erste was ich natürlich machen muss ist die ist dass ich die lampe aufhängen sollte an ort und stelle und verlege das entsprechende kabel wenn ich das verlegt habe muss ich mir natürlich überlegen wo packe ich mir den entsprechenden controller hin wir haben die möglichkeit hier den controller wir schrauben beziehungsweise das netzteil wir schrauben am irgendwo festzuschrauben ich habe mir jetzt hierfür noch entsprechend das klettband besorgt was ich auch das kann ich euch dann im weiteren verlauf dann mal zeigen wie ich das ganze befestige aber es gibt da mehrere möglichkeiten aber was wir natürlich auf jeden fall noch machen müssen ist diesen controller aufmachen damit wir den stecker da rein kriegen so der wird seitlich aufgeklickt dann sieht das ganze so aus und der stecker wird dann im prinzip von der seite ihr habt nur eine möglichkeit so rum geht es nicht und so rum wäre dann dementsprechend richtig einsetzen anklicken so dass er mit beiden fangenhaken drin ist und dann setzte hier die entsprechende dichtung an das loch hier auf der seite dann drauf gesetzt die dichtung eindrücken in dieses loch zusammensetzen und so schaut es dann aus hier wir haben dann hier auf der seite noch eine öffnung für einen netzwerk stecker brauchen wir natürlich nicht weil das gerät hier wlan hat und hier neben ist noch ein kleines löchlein für den hardware reset kommen wir auch noch zu zeige ich euch separat gut das ist im prinzip schon alles was wir machen müssen damit die lampe im prinzip online gehen kann beziehungsweise dass wir die einschalten können und das machen wir jetzt auch und da gibt es eine kleinigkeit die ihr dann seht sobald die strom kriegt blitzt die einmal kurz auf und fährt dann dementsprechend hoch ihr seht hier ist auch eine kontrollleuchte an an der netzwerkbuchse und wir sehen es gleich wieder die braucht nämlich jetzt ungefähr eine minute zum hochfahren alle prozesse zu starten und dann zeige ich euch dementsprechend wie wir auf die lampe zugreifen können und sie installiert wird so ihr seht die lampe ist hochgefahren und ja alles ist erstmal an sie hat von werksseite hier jetzt ihr programm am laufen und ihr seht selber man kann da reingucken oder drüber gucken man wird nicht geblendet nicht nicht wirklich kleinigkeit die ich noch zeigen wollte wie gesagt ich habe mir hier so ein kleines kleinen draht genommen an der unterseite hier weiß nicht ob man das gut sehen kann ich glaube schon da ist ein kleines loch das wollte ich euch noch mal eben zeigen da ist der der punkt für das hat für den hardware reset da muss ich den taster der da drin ist er tasten drauf drücken und dann seht ihr dann fängt das ganze an zu blinken festhalten das ganze so lange bis beide leuchten an genau jetzt das entsprechende bis beides leuchtet und dann wird die lampe komplett auf werkseinstellung zurückgesetzt das schon mal vorab sollte euch irgendwie ein missgeschick passieren ihr die ins falsche netzwerk hängen und nicht mehr drankommen könnt ihr da drüber dementsprechend hingehen und den hardware reset durchführen und auf geht's zum nächsten punkt so das nächste was wir natürlich jetzt machen ist wir müssen uns mit der lampe verbinden da haben wir dementsprechend mehrere möglichkeiten einmal die allseits bekannte web oberfläche die von jedem endgerät was dazu fähig ist bedient werden kann also sprich vom handy vom pad vom rechner aus alle alle geräte die in der lage sind ein web browser zu öffnen haben die möglichkeit auf diese lampe zuzugreifen per wlan wir haben jetzt mittlerweile aber auch entsprechend hier eine app zur verfügung und wie das geht zeige ich euch jetzt ich dachte mal eben hier die aufnahme weil das hier ist ein android tablet und ja das kann ich so nicht abgreifen wie bei meinem ios ich blende euch das jetzt mit dementsprechend ein und als allererstes müssen wir uns natürlich unser netzwerk suchen dazu gehen wir in den netz in die netzwerkeinstellung und die straton bildet ein eigenes netzwerk werkseitig erstmal ab was aus dem namen ati minus straton besteht minus der entsprechenden nummer so wie ihr sie hier seht ich wähle dieses netzwerk aus das ist ein ungesichertes netzwerk ohne passwort zugang das kann ich dann im nachhinein noch ändern so verbunden ist das ganze und wir gehen jetzt hin und öffnen die app ja wir haben keinen internet zugriff ist klar wäre ja auch noch schöner wenn ati uns auch noch das internet bezahlt hier so dann wechseln wir in die app und die app geht hin und fragt dementsprechend ab ihr seht jetzt hier die ist die straton abgebildet ich klicke einmal drauf und komme jetzt sofort direkt zum setup menü ich gehe jetzt hier einen anderen weg gleich jetzt über den über mein ipad weil das ist ein kleines bisschen einfacher weil ich hier auf diesen endgeräte 4 von android nicht den zugang so habe wie auf meinem ios geräten ab hier ist alles hundertprozentig gleich es hat sich nichts geändert also die web oberfläche ist die gleiche wie die oberfläche hier im pad kann ich euch dann gleich zeigen und einblenden wir wechseln jetzt rüber aus pad einen augenblick und dann zeige ich euch dort an der web oberfläche wie er euch genau bis zu diesem punkt hierhin verbindet so jetzt machen wir das ganze spiel hier mal am ich sag mal an der normalen web oberfläche dafür muss ich auch genauso wie beim beim tablet erst mal in das entsprechende netzwerk herein gehen so da wird es auch schon angezeigt an dritter stelle wir wählen es aus und jetzt kann ich hingehen und meine entsprechende oberfläche anwählen das ist die wie eben schon gesagt 192.168.100.1 und da geht er jetzt hin und ihr seht da habe ich dann auch direkt schon wieder die möglichkeit mich anzumelden admin admin ist das gleiche wie wir es kennen einmal anmelden und ihr seht da ist auch direkt wieder der bildschirm für das setup so wir haben jetzt hier zwei verschiedene möglichkeiten weg zu gehen der installation das kommt darauf an ob ich die leuchte so wie sie hier ist als gesamte leuchte benutzen möchte also sprich als eine leuchte oder als sektionierte leuchte also sprich ich möchte unterschiedliche farben hier dementsprechend drauf packen dazu kann ich mir die entsprechenden sachen hier aussuchen ich werde hingehen und das ganze als eine leuchte betreiben aber wir haben im nachhinein auch ohne probleme wieder die möglichkeit dieses setup entweder neu komplett auszuführen oder hinzugehen und zu sagen anstatt einer lampe in einer sektion möchte ich sie gerne als sektionierte lampe betreiben und kann sie dann im nachhinein in meiner oberfläche ohne probleme aufteilen wir gehen jetzt erstmal hier das setup weiter er fragt mich jetzt hier als erstes nochmal nach dem passwort ich blende mal eben kurz die bildschirmplastatur ein weil es gibt eine kleinigkeit ihr seht gerade jetzt hier ich habe jetzt hier oben rein geklickt und da ist dann dementsprechend das großschreiben aktiviert das kann bei einem ipad oder bei einem pad generell schon mal passieren also nicht wundern wenn ihr euch auf einmal nicht verbinden könnt nehmt am besten die bildschirmtastatur dann könnt ihr das übergehen so da schreibe ich da auch wieder admin rein so wie sich das gehört jetzt habe ich hier die möglichkeit dem kind einen namen zu geben als allererstes hier oben besteht die möglichkeit zu sagen ich möchte diese lampe umbenennen ich lasse das weil so kann ich erstmal die entsprechenden lampen im netzwerk besser identifizieren ich kann sie dann anschließend auch in der app im nachhinein wieder verändern dann habe ich die möglichkeit in ein normales wlan einzubinden das was ich jetzt gleich machen möchte also sprich jetzt hier hin zu gehen und zu sagen ich binde das in mein heim netzwerk ein und ich habe die möglichkeit zu sagen ich mache das ganze hier als master client lösung mit komplett eigenem netzwerk also sie ist in der lange in der lage ein eigenes netzwerk herzustellen eine lampe müsst ihr als master installieren dann sagt ihr okay gibt dem ganzen kindchen namen so wie es hier steht meinetwegen lasst ihr die seriennummer stehen oder sagt ati strata und master netzwerk gibt dem ganzen einen entsprechenden key damit das netzwerk gesichert ist und dann könnt ihr damit dementsprechend weitermachen wenn ihr dann mit der master client variante arbeitet müsst ihr dann anschließend alle lampen natürlich als client in hier oben über die in ein wlan einbinden dann in das entsprechende netzwerk reinhängen ich gehe allerdings hin hängen das ganze hier in mein heim netzwerk hat den vorteil ich komme besser an die updates dran ich muss sie mir nicht separat herunterladen sondern es gibt da bei den updates auch eine neuerung kommen wir aber gleich zu ich gehe jetzt erstmal hin und suche mir jetzt hier mein netzwerk aus und ihr seht hier haben wir eine entsprechende liste meiner gesamten netzwerk komponenten die ich hier habe ist nicht gerade wenig ich suche mir eins aus bekomme angezeigt 37 prozent empfangsleistung hier im unteren teil das ist mir etwas wenig weil ich weiß ich habe dementsprechend noch einen besseren empfang genau da haben wir es signal stärker 100 prozent weil wir hier direkt den entsprechenden access point daneben haben daran könnt ihr sehen wie gut euer empfang im heim netzwerk ist die auswahl des entsprechenden zugangspunktes ist wichtig weil die lampen untereinander kommunizieren gerade wenn es nachher darum geht eine live vorschau zu machen und die lampen generell einzustellen ist immer besser dass sie direkt den besten empfang haben alternativ dazu könnt ihr natürlich hingehen und sagen okay wir machen das master client system das heißt die empfänger sitzen dann direkt so oder so nebeneinander da wo ihr die entsprechenden geräte installiert habt und dann ist die kommunikation sehr viel schneller nachteil an der ganzen sache ist das mit den updates wird dann ein bisschen lästiger also ich gehe hierhin habe mir mein entsprechendes netzwerk ausgesucht muss natürlich dann jetzt hier noch meinen entsprechenden key einsetzen gehe auf weiter bekommen wir jetzt hier noch mal kurz eine übersicht was alles gemacht wird und unten steht dann auch noch mal die entsprechende adresse wo drüber ich dass die lampe dann gleich in meinem heimnetzwerk finden könnte ich habe natürlich aber auch die möglichkeit dann zu sagen ich gehe mit der app ran dann wird sie mir im heimnetzwerk angezeigt oder ich gehe über den router hol mir die entsprechende ip adresse weil die wird mir jetzt hier nicht angezeigt weil die kriege ich ja erst gleich zugewiesen dann gehe ich auf speichern oben rechts erscheint alles klar er hat die einstellung erfolgreich übernommen und startet die lampe jetzt neu hier haben wir noch mal kurz die übersicht wie ihr über den browser mit welcher adresse an die lampe herankommt wenn ihr die lampe umbenannt hat straton 1 straton 2 oder wie auch immer geiles nicht 4 oder wie auch immer dann könnt ihr die auch dementsprechend so ansprechen also spricht die der name der lampe dem ihr in der obersten zeile eben hattet das wäre dann auch die die netzwerk den die netzwerk adresse mit der ihr das über den oben über die eingabeleiste erreichen könnt ja jetzt ist es so nachdem wir die lange lampe in das netzwerk reingehangen haben setzt sie sich mit den anderen lampen wenn dann eine andere lampe da ist in verbindung sollte keine andere lampe da sein bleibt sie auf dem entsprechenden programm was werkseitig installiert ist sollte eine andere lampe oder andere lampen schon da sein und die dementsprechend schon von euch programmiert worden sein dann gleicht die lampe dementsprechend sich an also sprich sie kommuniziert sobald sie im gleichen netzwerk ist mit den anderen lampen gleicht ab und dann ist auch dementsprechend die lampe hier auf dem entsprechenden stand und übernimmt das programm da braucht ihr euch dann nicht weiter darum zu kümmern wie ihr das sehen könnt gehen wir jetzt hin ich öffne den browser hier habe ich jetzt dementsprechend schon meine netzwerkadresse eingegeben die ich aus meinem router habe ich gehe da grundsätzlich so hin habe mir einen shortcut dafür gemacht hier haben wir auch wieder das gleiche spiel admin admin ich melde mich an und wir haben jetzt links unten unten sind neun punkte warum neun ganz einfach ich habe drei lampen jede lampe hat drei sektionen und dementsprechend wird jede sektion einzeln mit einem punkt angezeigt das ist die kommunikation untereinander so jetzt zeige ich euch mal kurz eben wie das ganze mit der app funktioniert wie die app sich dann dementsprechend hier im netzwerk bei mir anmeldet beziehungsweise wie die wie ich dann auf die entsprechenden lampen zugreifen kann ich habe jetzt hier auch wieder bin ich in mein normales netzwerk gewechselt ich öffne die app und dann schauen wir mal was die app hier dementsprechend in meinem netzwerk findet es kann sein dass das alles ein kleines bisschen dauert und nicht direkt alle lampen angezeigt werden die geben in regelmäßigen abständen einen ping von sich so und dieser ping wird dann von der app dementsprechend aufgefangen und dann erscheint die lampe hier seht ihr ich gehe noch mal kurz hin und aktualisiere und genau da haben wir sie alle drei lampen hier dementsprechend abgebildet mit der ip adresse und dementsprechend könnt ihr auch gleichzeitig sehen im unteren teil steht die lampe die jetzt zuletzt dazu hin kommen hin zu gekommen ist und da steht die firmware version dahinter also spricht die beiden lampen die jetzt da schon hängen haben eine neuere firmware als die lampe hier das heißt die müssten wir gleich jetzt noch eben angleichen weil sie zusätzlich zu also im nachhinein reingehangen wurde muss sie noch dementsprechend geupdatet werden so wir suchen jetzt dementsprechend eine lampe aus und gehen dann mal da drauf so er fragt jetzt hier einmalig wo gemerkt einmalig nach den anmeldedaten wenn ich mich neu hier mit der app anmelde gehe auf log in und komme dann dementsprechend auch hier direkt zu der gleichen web oberfläche die ihr im prinzip hier auch von meinem pad gesehen habt und von hier aus ist dann alles genau so machbar wir wechseln jetzt mal eben auf die lampe die noch ein update braucht und dann zeige ich euch das wie das geht und dazu geht ihr am besten runter auf die sektionen und da ist ein kleiner stift abgebildet auf den stift geht ihr drauf und dann bekommt ihr diese oberfläche hier jetzt weiß ich im moment jetzt sehe ich auch hier dementsprechend die seriennummer ist sie die ip adresse und ich sehe auch die firmware jetzt gehe ich hin such mir meine entsprechende lampe aus sprich mit der anderen firmware und der wechselt dementsprechend direkt zu der lampe hin und ihr seht selber da ist schon wieder der kleine das kleine fehler teufel anmelden ich komme zu dieser lampe hin werde direkt verbunden und jetzt gucken wir erstmal dass die auf den entsprechenden stand kommt dazu gehe ich oben auf einstellungen und kriege ich schon mal eine ganze menge an sachen angezeigt aber unter anderem auch hier unten die aktuelle version die installiert ist von der firmware und er zeigt mir jetzt hier an online neues update verfügbar das kann ich jetzt dementsprechend jetzt hier so machen kann auf installieren gehen und er zieht sich selbstständig das entsprechende update herunter führt es aus und was jetzt neu ist sollten die anderen lampen dieses update noch nicht haben also sprich sollten die auch auf der version 2.6.9 sein werden alle lampen gleichzeitig abgedatet ich muss nicht mehr auf jede einzelne lampe draufgehen sondern das läuft jetzt ab sofort komplett parallel da diese lampe jetzt im nachhinein hier reingehangen wurde ist die beim letzten update natürlich nicht mit abgedatet worden das heißt das wird nicht angeglichen das muss ich noch mal einmal von hand machen also sollte ich jetzt noch weitere lampen reinhängen die ein altes eine alte version haben dann dementsprechend hier hingehen und das update erstmal reinhängen dann das update durchführen und das update wird dann auf alle lampen übertragen ich gehe auf installieren und er fragt mich jetzt ob ich das tatsächlich übernehmen will er hat sich das jetzt erstmal aus dem netz heruntergeladen kurz irgendwo abgelegt ich sage ja und wir lassen das update dann dementsprechend jetzt hier durchlaufen die lampe startet dann anschließend kurz neu ist eigentlich auch gar nicht zu sehen aber ich werde mich einmal neu anmelden müssen so ich habe mich jetzt nach dem update wieder mit meinem haupt cluster also sprich meine hauptlampe verbunden und jetzt schauen wir mal ob das ganze auch alles so funktioniert hat wie ich mir das vorgestellt habe ich gehe unten wieder auf diesen stift bei den neben sektionen bekomme dann dementsprechend hier meine lampen angezeigt und ihr seht in den unteren zeilen jeweils also sprich oben steht die seriennummer darunter steht die ip adresse und darunter steht das firmen die firmware version und in der mitte ist die lampe wo ich mich darauf verbunden habe da wird die firmware version nicht angezeigt die kann ich gleich unter einstellungen abgreifen und bei den beiden anderen lampen steht halt drauf da ist dementsprechend die richtige firmware drauf das update hat funktioniert wie gesagt wenn neues rauskommt wird es euch unter einstellungen angezeigt ich gehe mal eben hier ok einstellungen und ihr habt gerade gesehen das hat ein kleines bisschen gedauert online hat er kurz geschaut ist eine neue version da und hier steht dann dementsprechend auch dass die entsprechende firmware version die aktuelle ist so jetzt hatte ich euch ja eben gesagt ich kann nachdem ich die lampe installiert habe hingehen und mir die entsprechend so wieder aufteilen wie ich das gerne hätte ich muss es also nicht zwingend beim setup machen sondern ich kann es auch im nachhinein machen ohne probleme und zwar geht das wie folgt ich gehe wieder unten auf die sektion auf diesen stift und ihr seht da jetzt da oben stehen sektion 1 in dieser sektion 1 kann ich allerdings mit dem kleinen pfeil mir die entsprechenden sektionen anzeigen lassen da wird mir gezeigt wie der temperaturverlauf ist um diese gruppe jetzt zu bearbeiten gehe ich auf den stift rechts oben in der ecke und hier wird mir dann dementsprechend angezeigt was also welche sektionen welche einzelnen cluster bereiche in dieser gruppe drin sind wenn ich das jetzt ändern möchte gehe ich einfach hin und gehe auf gruppe hinzufügen suche mir jetzt als allererstes meine prägnante farbe aus und gibt dem kind einen namen sagt meinetwegen zwei so und jetzt seht ihr hier die sektionen werden alle lampen und alle sektionen angezeigt die ihr habt und jetzt kann ich mir hier dementsprechend die sektionen aussuchen alles was grau hinterlegt ist ist nicht dann in dieser gruppe drin alles was grün hinterlegt ist wie jetzt zum beispiel die sektion zwei nehme ich mit in diese gruppe hinein sage okay ihr seht einmal es wird ein neuer reiter entsteht den ich auch wieder nach unten klappen kann mit temperatur und 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 da stehen wie gesagt vorne die entsprechenden lampennummern drauf die seriennummern und unten in der leiste unten links in der leiste seht ihr ist auch was neues hinzugekommen es sind jetzt in der sektion 1 nur noch sechs cluster und in der 2 sind drei stück das gleiche spiel machen wir jetzt noch einmal denn das ganze drei suchen uns noch eine andere farbe aus und 1 2 2 3 dann gehen wir auf ok es wird ein dritter bereich erstellt ihr habt gesehen die entsprechende linie wird auch schon eingeblendet unten dann gehen wir auf ok und dann fragt ihr euch übernehmen ja oder nein klar save early save often übernehmen jetzt achtet kurz unten auf die punkte die werden mal kurz rot dann kommunizieren die miteinander da haben wir eine dieses etwas hängt etwas weiter hinterher aber sie sollte spätestens jetzt dann auch grün sein genau und jetzt haben wir die lampe in sektionen eingeteilt und jetzt kann ich auch unter anderem hingehen und den einzelnen sektionen unterschiedliche farbmuster zuweisen damit ich da dementsprechend darauf zugreifen kann muss ich ja die entsprechende linie sehen so wir haben jetzt hier tatsächlich auf allen sektionen exakt das gleiche drauf wenn ich das jetzt aber ändern möchte möchte muss ich die entsprechende linie einblenden bzw die anderen linien ausblenden dafür muss ich die sektionen ausschalten wo den entsprechenden gruppen sind immer so an und ausschalter da drücke ich jetzt einmal bei der sektion 1 drauf und ihr seht zack ist eine sektion ausgegangen und ich möchte aber die die sektion 2 bearbeiten also muss ich die drei auch ausblenden und ausschalten und komme somit jetzt hier an die entsprechende sektion dran bzw an den farbverlauf der entsprechenden sektion und ich möchte zum beispiel jetzt an diesem punkt hier sagen da möchte ich gerne andere farbe haben ich sag da möchte ich jetzt los sens haben und dann fragt er mich natürlich oben direkt seht ihr ist der speicher button sobald ich was verändert habe geht da oben der speicher button auf grün das heißt ich kann drauf drücken und kann sagen das muss jetzt dementsprechend grün muss jetzt noch mal abgespeichert werden damit ich daran erinnert werde so wenn ich jetzt hingehe und sage zack das ist es genau das was ich wollte kann ich die anderen sektionen wieder aktivieren und sehe jetzt erstmal die veränderung nicht das einzige was ich jetzt tatsächlich sehe ist oben dass der button noch irgendwas will von mir gut dann gehe ich auf speichern und dementsprechend wird dann diese änderung übernommen nur für diese eine sektion diesen einen punkt den ich gerade verändert habe wenn ich jetzt sage ich möchte an einem punkt hier möchte ich gerne was anderes einstellen und möchte aber dass das auf alle anderen sektionen übertragen wird also es soll an allen punkten mit der gleichen intensität mit der gleichen farbe gearbeitet werden dann gehe ich hier oben auf diesen diesen kleinen pfeil und da habe ich dann auf der rechten seite die möglichkeit zu sagen übertragen auf alle im oberen bereich kann ich mir dann auswählen von welcher sektion also die die ich gerade bearbeitet habe die als oberstes liegt das ist halt die gelbe die drei wähle ich mir aus und sage ich übertrage das auf die anderen sektionen meinem fressen da war es fast passiert dann sage ich übernehmen dann ist er hingegangen sorry hatte gerade ein ein hatschi gehabt dann ist er hingegangen hat das erstmal auf die entsprechenden sektionen übertragen aber ich muss dann noch hingehen das anschließend abspeichern wenn ich die lampe natürlich jetzt hier als ganzes betreibe und alle sektionen im prinzip in einer gruppe habe dann entfällt dieser schritt gut als nächstes kommen wir zu den einzelnen farben beziehungsweise punkten wie wir das ganze verschieben können etc pp so das nächste ist wie spiele ich mit meinen farben rum wir gehen jetzt als erstes mal hin und ich nehme das ganze wieder als separat gesamt lampe das ist relativ einfach ich gehe hinten auf den stift zum bearbeiten lösche ja wirklich löschen dann das gleiche spiel mit der zweiten gruppe löschen ja und dann gehe ich in die letzte gruppe rein und aktiviere wieder alle cluster in diese gruppe hinein nenne es da unten 1 und dann dementsprechend sage ich ok übernehmen und dann dementsprechend kommunizieren die lampen wieder miteinander es wird ja grün angezeigt und wir können weitermachen wir haben jetzt hier unseren beziehungsweise meinen vorgegebenen tagesverlauf den ich jetzt hier dementsprechend vorgegeben habe wir haben aber allerdings auch natürlich dementsprechend tagesverläufe von ati schon vorprogrammiert das sind die entsprechenden voreinstellungen hier die ich mir dann aussuchen kann und hier unten steht einmal kundenspezifische voreinstellungen das ist die voreinstellung die ich jetzt hier hinterlegt habe das ist auch möglich ich gehe jetzt erstmal hin und sage ich gehe auf lps sps auf weiter und dann komme ich hier in diesen setup bildschirm wo ich mir auswählen kann in welcher stärke die lampe arbeiten soll eingewöhnungsphase licht gewöhnt oder stark licht gewöhnt also stark licht gewöhnt bei der lampe um gottes willen dafür müsst ihr wirklich ein sehr tiefes becken haben ich gehe auf licht gewöhnt und reduziere das ganze noch um fünf weitere prozentpunkte weil ich das weiß und ich habe unten die möglichkeit die den start erstmal zu verschieben also es ist eine gesamtzeit vorgegeben und wenn ich diese gesamtzeit noch ein bisschen ändern möchte dann gehe ich hinten auf das entsprechende symbol auf den auf das schloss und dann kann ich sagen okay ich möchte es aber schon ab 9 45 haben dann gehe ich auf übernehmen und er übernimmt dann dementsprechend dieses neue muster und ich kann dann hier an der lampe weiter arbeiten links unten seht ihr es wird immer noch kommuniziert und jetzt hat es wenn ich jetzt hingehen möchte und diese punkte oder intensitäten verändern möchte dann brauche ich eigentlich nur einmal drauf zu tippen dann ist dieser punkt aktiviert und dann habe ich die möglichkeit den zu verschieben ohne dass jetzt irgendwas passiert so wie ich es gerne hätte rechts oben haben wir die entsprechenden farben dann sage ich ich möchte an diesem punkt diese farbe haben mit der mit der entsprechenden identität brauche ich einfach drauf zu klicken oder mit dem finger drauf halten und kann dann das ganze hier verschieben im moment habe ich jetzt hier fünf prozent schritte schritte da habe ich allerdings auch noch die möglichkeit zu sagen ich kann das raster kleiner machen dazu gehen wir vorne auf das zahnrad und hier oben steht rast so wir sind jetzt hier in fünf prozent punkten oder im 15 minuten also die nächst feinere wäre die version hier und dann können wir in ein prozent moment einmal anklicken so ja ihr seht jetzt geht es in ein prozent punkten nach oben und unten jetzt kann ich auch wieder auf meine 55 prozent gehen und das ganze dementsprechend so einstellen wie ich das möchte wenn ich jetzt sowas hier habe dann kann ich dann hier sagen oben als voreinstellung speichern und dann erscheint das dann unten dementsprechend auch als kundenspezifische voreinstellung ich habe hier auch die möglichkeit zu sagen dass ich das ganze abspeichern oder beziehungsweise von der lampe herunterladen kann ich gehe auf herunterladen der fragt mich darf ich jo da klar darfst du will ich ja und dann lädt er dementsprechend in den download bereich die entsprechende datei herunter umgekehrt kann ich natürlich auch machen ich kann hier dementsprechend dateien hochladen mal von meinen einstellungen wähle dementsprechend aus in datei auswählen da ist die entsprechende datei gehe auf hochladen er lädt die entsprechende datei hoch und dem der entsprechende farbverlauf wurde wieder hergestellt wichtig daran ist wenn ich jetzt meinetwegen meine lampe sektioniert habe mehrere sektionen und ich lade eine datei mit nur einer sektion also sprich wo alles in eine lampe in eine sektion reingepackt ist wieder hoch dann stellt der genau dieses schuldigung genau dieses szenario wieder her die gruppen werden dann also wieder zusammengefasst und das solltet ihr definitiv wissen was haben wir noch hier oben in der leiste also einmal das übertragen auf alle okay wenn ich jetzt alles auf eine lampe habe ist das nicht notwendig aber ich habe da oben noch ein plus zeichen ein minus zeichen wieder ein plus zeichen das ist im endeffekt dafür da dass wenn ich einen punkt nicht mehr brauche zum beispiel klicke ich auf ihn drauf gehe auf das minus zeichen und dieser punkt verschwindet wenn ich jetzt allerdings sage oh verdammt ich brauche rechts neben diesem punkt noch mal einen neuen dann drücke ich auf den entsprechenden punkt neben dem ich rechts einen punkt haben möchte gehe auf die jetzt rechte plus zack wird da dementsprechend wieder ein punkt hergestellt gleiches spiel wenn ich jetzt auf den neuen punkt drauf setze draufklicke und dementsprechend auf den linken punkt draufklicke wird links daneben wieder einer hergestellt und so weiter ja also ihr könnt beliebig viele punkte setzen so wie ihr das möchtet so wie ihr da lustig seid und eure einstellung verändern so wie ihr das möchtet so jetzt stelle ich aber erst mal meinen urzustand wieder her indem ich sage ich gehe jetzt hin und nehme meine kundenspezifische voreinstellung 55 prozent 945 das ist das was ich abgespeichert habe wir gehen auf übernehmen und ihr seht hier habe ich dann dementsprechend jetzt wieder meinen alten zustand der hat auch direkt abgespeichert und von daher können wir dann jetzt hier weitermachen mit dem nächsten punkt farben erstellen so zu den farben gehört natürlich auch hatte ich eben noch nicht gesagt natürlich die lichtstärke und auch eine neuerung die wir jetzt hier haben und zwar ist das hier oben in dem bereich seht ihr genau oben die wattage die angezeigt wird und gleichzeitig die entsprechenden paar werte diese paar werte sind anhaltspunkte die plus minus fünf prozent ungefähr passen wenn die lampe dann dementsprechend auf der richtigen höhe ist die richtige höhe für die lampe sind zwischen 25 und 30 zentimeter über wasser da oben ist eine strommessung anhand dieser strommessung werden die paar werte durch eine entsprechende hinterlegte hinterlegten logarithmus dementsprechend errechnet das ist schon mal das eine so wenn ich jetzt eine neue farbe erstellen möchte gehe ich einfach rechts auf die farben in dem oberen bereich in dessen kleines plus abgebildet so dann kann ich mir eine angezeigte farbe aussuchen nehmen wir es mal grellrot so klicke links daneben gibt dem kinden namen testfarbe sag ok und dann hat er dementsprechend da unten schon mal einen reiter mit der entsprechenden farbe die ich mir ausgesucht habe und mit dem namen erstellt was da jetzt noch nicht ist sind die entsprechenden farben an sich jetzt war es war es so dass wenn ich die entsprechenden farben mir eingestellt habe konnte ich in live modus gehen das kann ich hier auch aber jetzt müssen wir kurz einen kleinen schritt zurück gehen der live modus hier ist etwas geändert und zwar wie folgt bei der alten variante bei der alten straton war es so dass wenn ich in den live modus gegangen bin dass die lampe auf volllast gegangen ist und dann konnte ich unter volllast die entsprechenden farben sehen das haben wir hier geändert oder das ist hier geändert worden aus dem ganz einfachen grund weil diese lampe so viel power und so viel saft hat dann würden unsere korallen einen licht schock bekommen das wollen wir verhindern wie mache ich das ganz einfach ich klicke erstmal einen ich sag jetzt mal punkt hier vorne an der jetzt hier mit 44 prozent angegeben ist dieser punkt ist erstmal jetzt der ausschlaggebende punkt das ist die maximale intensität der jetzt gleich im live modus dann dementsprechend dort anzeigt dann gehe ich unten auf diesen live modus die lampe springt dahin und ihr seht es hat sich jetzt gerade geändert und das ist jetzt die maximale intensität die die lampe hier in diesem modus tatsächlich hat also kein stress für unsere korallen jetzt springe ich rüber zu meinem test und zack die lampe ist aus warum ja aus dem ganz einfachen grund ich habe noch keine farben eingestellt ich kann jetzt hingehen und ziehe mir jetzt hier meinetwegen das weiß hoch dann ziehe ich mir das blau ein bisschen rein das violett oder das rot und ihr seht so kann ich dann dementsprechend ohne dass meine korallen da jetzt großartig stress haben also zu viel licht bekommen an meinen farben rumspielen so wie ich das möchte und sag okay das möchte ich gerne so haben dann kann ich aus dem live modus heraus gehen aktiviere an der stelle wieder den richtigen punkt und speicher das ganze ab so jetzt wieder stelle den ursprungszustand hin das was jetzt hier sich geändert hat ist im prinzip nur die tatsächliche testfarbe die ich jetzt hier erstellt habe die wurde jetzt im hintergrund gespeichert weil an meiner linie habe ich ja nichts verändert so jetzt habe ich auch gesagt okay das ist eigentlich doof was ich da habe die brauche ich eigentlich gar nicht mehr die farbe wir haben rechts oben in der ecke haben wir einen kleinen stift dieser kleine stift ermöglicht mir die farben zu bearbeiten und zwar nur die farben die ich erstellt habe die werkseitigen farben also sprich der obere teil der grau unterlegt ist lässt sich nicht bearbeiten so ich sage jetzt testfarbe will ich nicht mehr haben zack sagt er okay und ihr seht oben rechts in der ecke erscheint wieder speichern wird wieder von grau nach grün das heißt ich kann das ganze dann abspeichern wenn ich darauf dann das ganze jetzt abspeicher dann ist das thema auch so durch dann ist die farbe dann auch verloren oder das was ich geändert habe ist dann fest hinterlegt gut das erstmal zum thema farben an sich ja jetzt haben wir mit den farben rumgespielt und jetzt gehen wir ein kleines bisschen ins technische hier rein wir haben wie ihr ja auch schon gesehen habt eine temperaturkontrolle und wir können uns die temperaturen anzeigen lassen einmal natürlich hier unten dementsprechend in den sektionen selber das wäre die eine möglichkeit aber diese lampe hier verfügt auch über eine temperaturaufzeichnung das ist auch eine sehr schöne sache die aktuelle temperatur wird bei vielen lampen angezeigt ja klar logisch aber sie wird nicht dokumentiert und ich kann jetzt tatsächlich hingehen hier unten ist ein kleines thermometer und die ruft mir jetzt die temperaturkurve von 48 stunden ab so das dauert ein kleines bisschen weil die schon wieder untereinander kommunizieren müssen und ihr seht ein heilloses durcheinander ja was ist denn da passiert ganz einfache sache die gelbe linie beziehungsweise die gelben linien und rosa etc das sind die linien von der neuen lampe hier die habe ich gestern mal kurz ausprobiert und daran könnt ihr dann dementsprechend sehen ja ging erstmal auf und ab hier das ganze es ist immer irgendwas wenn ein kommunikationsfehler ich sag jetzt mal nicht ein kommunikationsfehler aufgetreten ist dann kommen solche peaks hier zustande ich bin jetzt in der lage alle einzelnen hier auszublenden und mir einzelne kurven anzuschauen ja also ich kann auch alle einzelnen sagen okay das ist die kurve okay sieht die graue ähnlich aus ja die sieht genauso aus und so kann ich den temperaturverlauf von dieser lampe hier dementsprechend ohne probleme sehen wie gesagt diese peaks das sind kommunikationsschwierigkeiten wie gesagt ich habe hier ein relativ dickes netzwerk mit so vielen wlan sachen da kann sowas schon mal zustande kommen dass ein temperaturpaket dann hops geht aber hier könnt ihr dementsprechend dann sehen wie eure lampe in temperaturverlauf war und was ihr hier auch ja gerade gesehen habt also 32 grad wird auch unten links in der ecke angezeigt ist schon eine hausnummer dafür dass die jetzt hier ja okay die läuft jetzt auf 60 prozent aber mehr braucht man ja auch nicht weil diese lampe die läuft jetzt auf nicht 60 55 prozent und bringt mir jetzt die lichtleistung die meine hybrid im endeffekt auf 100 prozent leistung gebracht hat also heftig und oben links in der ecke seht ihr da stehen jetzt im moment 100 watt oder 101 watt also alle drei lampen würden jetzt zusammen 300 watt licht reinbringen wenn ich die jetzt alle nebeneinander hätte brauche ich aber jetzt bei meinem neuen ja bei meinem neuen becken nicht aus dem ganz einfachen grund da kann ich wahrscheinlich mit der leistung wieder runter gehen also momentan auf dem becken da drüben sind das eine ersparnis von 350 watt die im vergleich zur hybrid dementsprechend hier arbeiten ja das nächste gehen wir in die einstellungen rein und die anderen kleinigkeiten so last but not least gehen wir mal in die einstellungen der lampe hier rein und schauen uns an was wir haben wir haben hier oben als allererstes in der zeile die zeit ich habe die möglichkeit hier mehr meine zeitzone und ähnliches auszusuchen dann haben wir die aktuelle betriebszeit der lampe also vor drei tagen haben wir den letzten reset gemacht weil ich nämlich einige sachen ausprobiert habe dann steht da drunter info in welchem operations modus arbeitet diese lampe und hier steht modus master das hat damit zu tun dass die in diesem netzwerk die lampe ist die man die als master mit den anderen lampen kommuniziert wenn ich jetzt auf die anderen lampen gleich mal wechsel dann seht ihr dass dort dann modus slave steht das heißt nicht dass sie jetzt tatsächlich ihr eigenes netzwerk hat und dann dementsprechend das ist ja auch master slave variante es sagt euch nur dass diese lampe hier die jenige ist die als erstes die infos bekommen sollte und dann an die anderen lampen weitergeht dann haben wir die möglichkeit eine support info runter zu laden sollte irgendwas sein und das nächste hier drunter ist hilfedialog anzeigen da habe ich die möglichkeit wenn ich im vorfeld die hilfedialoge die ihr jetzt noch nicht bei mir gesehen habt habe ich nämlich deaktiviert gehabt kann ich mir wieder anzeigen lassen und da kriege ich dann dementsprechend auch eine kleine online hilfe dann habe ich darunter die möglichkeit zu sagen ich kann meinen nutzernamen und das passwort für den zugriff hier ändern und dann haben wir hier unten die netzwerkeinstellungen in dem ich dann hingehen kann und die lampe in ein anderes netzwerk reinhebe wenn ich jetzt hier tatsächlich auswähle access point dann wird diese lampe zum router sage ich jetzt mal für das strator netzwerk und in dieses netzwerk muss ich dann dementsprechend meine anderen lampen herein hängen so wenn ich jetzt allerdings das netzwerk wechseln möchte habe ich darunter verfügbare netze das aktualisiere ich einmal und dort zeigt er mir dann die entsprechend verfügbare netze an die ich dann auswählen kann so dann haben wir noch eine info hier unten drunter wenn ich im im client modus arbeite kann ich mir eine signal stärker hier abgreifen und ihr seht ich habe jetzt momentan mit der lampe die dahinten ist eine signalstärke von 52 prozent der kanal wird mir angezeigt und das reicht aber aus damit die untereinander kommunizieren können dann habe ich hier noch die von wo man eben schon was ich eben schon gezeigt habe die möglichkeit meine firmware abzudaten hier wird dann dementsprechend angezeigt ob dann eine firmware zur verfügung steht das funktioniert allerdings auch nur wenn die lampen in einem öffentlichen mit internet zugang in einem netzwerk mit internet zugang eingeklinkt sind dann kann die lampe hingehen und gucken ist da was neues da ja oder nein und von da aus kann ich dann hier sagen installieren und er installiert dann alles auf alle lampen gleichzeitig und ich habe die möglichkeit zu sagen da unten den einrichtungsassistenten wieder komplett erneut auszuführen den dem am anfang gemacht haben ja das letzte was ich jetzt hier noch habe ist im prinzip dass ich mir die sprache aussuchen kann deutsch oder englisch und ich denke und hoffe ich habe nichts vergessen dementsprechend hoffe ich ich konnte euch die bedienung und die funktionen der lampe hier ein bisschen näher bringen solltet ihr noch fragen anmerkungen oder ähnliches haben schreibt es mir runter in die kommentare und ich würde sagen ja ich hoffe das hat euch geholfen in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag abend oder nacht oder wann auch immer ihr dieses video hier geschaut habt und hoffe dass ihr mit dieser lampe viel spaß habt genauso viel wie ich in diesem sinne bis zum nächsten mal ich zähle auf euch euer viper tschau